Gehe auf die angezeigte Website und klicke auf Download. Akzeptiere die Bedingungen und klicke auf Download. Alle anderen Angaben sind freiwillig. Klicke auf den Link für ein Betriebssystem deiner Wahl. Der Download startet dann automatisch. Anschließend die heruntergeladene Datei installieren oder entpacken und die Datei knieme.exe ausführen. Bei dem Dialog bezüglich des Workspartzes einfach auf Launch klicken. Wenn sich knieme geöffnet hat, kannst du dem Link in der Videobeschreibung zum Workflow auf dem Hub folgen. Öffne beide Fenster nebeneinander. Anschließend wie im Video gezeigt den Workflow vom Browser in das Programm herüberziehen. Der Workflow wird automatisch heruntergeladen und nach einer kurzen Zeit wird gefragt, ob fehlende Erweiterungen installiert werden sollen. Klicke hier auf Ja. Anschließend auf Next klicken und im nächsten Bild auf Weiter. Im Zweifel immer bestätigen. Keine Sorge, das Programm und alle Erweiterungen sind Open-Source und kostenlos. Die erforderlichen Erweiterungen werden heruntergeladen, dies kann eine Weile dauern. Nachdem die Erweiterungen heruntergeladen wurden, ist es sehr wichtig, nicht auf Restart, sondern auf Not zu klicken. Anschließend oben links in der Ecke auf die Schaltfläche klicken, um den heruntergeladenen Workflow zunächst auf deinem Computer abzuspeichern. Anschließend kannst du das Programm zunächst schließen und dann wieder öffnen. Und nachdem das Programm wieder offen ist, kannst du direkt anfangen, dein Team zu optimieren. Klicke dazu zunächst mit links auf den grünen Kasten. Danach erscheint rechts über dem grünen Kasten ein Lupensymbol. Klicke darauf, um die App zu öffnen. Wähle zunächst die Anzahl der Spieler für jede Position aus. Im Beispiel wollen wir ein 1-3-5-2 optimieren. Im nächsten Abschnitt gibst du das Budget ein, welches für Spieler reserviert wird, die hier nicht optimiert werden. Im Beispiel planen wir den Kader mit den günstigsten Spielern aufzufüllen. Dafür braucht man 5,5 Millionen. In der nächsten Tabelle kannst du Spieler auswählen, die auf jeden Fall in deinem Kader sein sollen. Im Beispiel wählen wir einen Mittelfeldspieler und einen Torwart. Du kannst über den Kasten rechts suchen und über eine Schaltfläche nur die ausgewählten Spieler anzeigen lassen. In der nächsten Tabelle kannst du Spiele auswählen, die unter keinen Umständen in deinem Kader sein sollen. Sie funktioniert genauso, wie die andere Tabelle. Jetzt musst du nur noch von Konfiguration läuft auf Konfiguration abgeschlossen umschalten und auf den gelben Los geht's Knopf drücken und dein Team wird optimiert. Etwas weiter unten werden dir zwei Tabellen mit dem Ergebnis angezeigt. Budget, Punkte etc. nach Position und natürlich die genaue Spielerliste. Du kannst anschließend Dinge ändern und wieder auf Los geht's klicken, um dein Team weiter anzupassen. Viel Spaß und viel Erfolg! Vielen Dank! Vielen Dank!